Nirgendwo in der Bibel steht, dass es einen Papst geben sollte. Das totale Gegenteil steht in der Bibel. Nennt niemand auf Erden euren Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Nennt auch niemand Meister. Oder ihr solltet es auch nicht Meister nennen. Benedikt könnte sagen, ich bin der Papst. Und er wird ihm sagen, ich habe dich nie gekannt. Und er könnte auch sagen, ich habe keinen Papst gekannt. Was ist denn Papst? Was soll denn das? Ich habe das nicht geschrieben in der Bibel. Ich habe das nicht empfohlen. Befohlen. Oder empfohlen.